das sind wieder namen super kass da finde ich geil richtig gut so habe ich auch die falschen talent ja und ich habe wieder vergessen mir die flamme zu gehen das passiert mir jedes mal mittlerweile aber kann es sein dass wenn du fragst dass die weg ist die flamme ja die sollte eigentlich bleiben also die hatte die zweite gute frage ganz immer weg gesundheit was war denn das ist was aufgeblasen ballon aufgeblasen kann das das geräusch verlängert wiederholt keine ahnung so ich noch ww kommen oder so ich ja oder ist es safe weiß ich nicht hier ist ink was ist dein gefühl egal ich weiß wie wir jetzt einen scheiß detail ich hau mal mit keine gescheite analyse geht nicht ich schaffe nicht das ist voll der win hier was da bei dir macht nichts heilig heilig mein kill ne doch der nächste nega ein nega weniger ist der aufgefallen was macht der dudu da ey das regt mich schon wieder auf gucken mal oh ich renne mit das haus macht wieder dort dann regt mich das haus macht wieder dort auch ich bin zu geil deswegen macht das erst verstehst du wieder nicht ich verstehe das deswegen ist jetzt tot ja genau unser subcaster fällt den ab das pala dinge subcaster oh nein nein wabbel ich wollte gerade kill machen man verdammt nochmal der affe die wabbel hier kann doch nicht wahr sein scheiß pala ja jetzt bleibt keiner da wasserberg 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 berg berg oh geil der hunter geht weg das ist keiner ww äh keiner mina schön wer braucht denn das denn im deck holes lt wer war mit stichst du dich oder hier ist welch nice wie wusste das wir brauchst schon sowas mit einem breeze er ist ja wirklich ziemlich voll hier an im Wasserwerk ja ja wieder den windfalle an der ich geh irgendwo anders hin man guck dir irgendwo anders aus was rr so wird ja nicht die ps sind so übersehen Ja, so was haben wir gesagt, ne ne, ist das dumm, naja, sorry, dann kenn ich dich jetzt, tschüss. Nee, nee, Pally, das kannst du vergessen. Ah, das ist so schön. Komm her, Alter, komm her. Was toll ist ein Stun. Ich stammele den Heidel, du, ne. Wer läuft da weg, die Feige da auch. Du dumme Sau. Du dumme Sau. Du willst hier herlaufen. Mage, was was blöd ist. Ich rat dir einfach hinterher. Ja. So, aber jetzt bin ich auf. Okay. Dann, gute Nacht, bis in zwei, drei Wochen. Oslane, du hast jetzt nicht ernsthaft den Kill geklaut. Jo, tschüss. Fast sogar hab ich Urlaub. Ich glaub nicht, oder? Also, doch, ich hab grad nen Kill bekommen. Du Sau. Ich glaub mir Melee-Hit. Hä? Ich glaub sogar Melee-Hit. Kann sein. Melee-Hit, das ist schon hart. Mit Melee-Hit, hab ich den Kyle Fox mal gekillt. Hehehe. Kam da angerannt in 1% Life und... Buff. Ne angerannt. Seid mir cool aus. Ja, tschüss. Da. Ja, du Grotnascher. Ist voll hart. Der Name hat auch was. Die Frage ist so, wen denn mal so? Ja, du Grotnascher. Ja, mein Kerl. Schalt kaputt. Bam. Tschüssi, Tschüssi, Kowski. Tschüss Mensch. Oh. Nein. Du trägst auf. Du trägst auf meiner. Ich hab'n nicht. Ich hab'n nicht. Ich hab'n nicht. Äh. Tja. Ich glaub's nicht. Tatsächlich, du hast auch nicht. LOL. Die fallen einfach zu schnell um. Ich will's mal machen, ey. Da tickt irgendein Wort drauf und die kippen um. Ich hab'n mal so. Boah, wie geil die wir das dann weglaufen, ey. Diese Lappen. Unglaublich. Tja, Druide. Was so scheiße ist, ist eigentlich locker gegen. Tja, Druide. Was so scheiße ist, ist eigentlich locker gegen. Was ist denn nochmal? Ja, Bea. Scheiße. Tun sie. Die kriegen wir nicht tot. Oh Gott. Der hat ja noch ein äh. Geh' wieder. Der liegt's auch da, what the fuck? Der hat's ordentlich. Auto dk Auto dk 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 Tv Dk 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 Der Nike ist geil, gell? Wie die ganze Zeit hier rumzummeln, wenn ich dich klein krieg. Oh, geil. Der Nike ist wieder da, der Nike ist wieder da. Ich bleib jetzt mal hier, es bringt nix. Okay, der Frost Venture hat gelernt zu überleben, geil. Er läuft da weg, wie er läuft. Ja, aber er ist irgendwie zu blöd. Ja, das ist auch keine Base. Tschüss. So, Gernot, bist du noch da? Der ist auf, gell? Nein, ich komm nicht an ihn, pass auf nochmal. Ah, weil du hast ihn geklaut, oder? Ich hab nix geklaut. Mach die einfach fertig. Das fällt nicht unter Frauen. Ich wollte ihn haben. Ich hab ihn nicht bekommen, weil ihm das Butter gefallen wird. Wer ist noch da? Was fällt es an der Stelle auch ins Wasser? Oh, noch fettig. Den hier ab. Kurz pinkeln. Oh, hier geht die Post aufs. Ich meine... So, ah, fettig. So, ah, fettig. Shit. Oh, shit. Der Pally ist geil, der lässt sich eisgeil. Der lässt sich eisgeil. Der Ablegen, ich. Ich würd mal Eisblock ziehen, Match. Ja. Oh, shit. Was hast du noch? Was hast du noch? Oh, jetzt bist du tot. Mit all 5 Pads. Das ist aber schade. Oh, der war auch schnell tot. Außer man hat Wasser und nicht wie viel gesoffen. Er hat gesoffen. Dann, dann, da. Er hat gesoffen. Nicht? Nicht? Ich bin müde und ich habe Hunger. Was, du bist müde und hast noch Windeln? Hunger. Hört sich ja fast gleich an. Ich stehe mit Spaghetti, würde ich empfehlen. Mal machen. Letztes Mal habe ich mit Reis und dann war es irgendwie diese blöden Beutel Reis. Kennt ihr die? Einfach so im Beutel. Klar. Ja, man muss bei dem... Ach, dann geht es. Ich habe dann keine Geduld und leere den Beutel aus ins Teller. Und dann war das ein bisschen so wässrig. Weil ich wahrscheinlich genug lange gewartet habe zum Abtropfen. So ein Mist. Bei mir ist es so stil mit diesem PC. Die andere ist viel lauter gewesen am Schluss. Wie sieht das Wasserwerk aus? Geht das denn noch? Ihr könntet ja noch eine Runde Overwatch zocken dann. Ich würde wahrscheinlich noch ein bisschen überwärts verpassen. Heute Abend nicht mehr. Ne, kann ich gar nicht. Ich muss ja das Video hochladen. Wie meinst heute Abend? Jetzt schon? Ja, ich brauch das von morgen. Du feige Hunter Drecksau. Bleib einfach mal da und kassier deine fucking Strafe. Mh. Das ist richtig nice hier. Mach mir gute Arbeit. Nein. Komm rüber. Genau. Kekse essen und einen Film schauen. Oh, Kekse. Was für ein Film? Der Heck war feiner. Äh, der Brief. Da haben wir so Nuss Kekse. Mh, leckeres. Die sind... Nein, die sind nicht so speziell. Gönn dir, gönn dir. Ohne... Die sind eigentlich nicht so speziell, aber ich mach die voll. Was hat's dann? Die erinnern mich an meine Kindheit, die Kekse. Nein. Ja, bei... Bei Kulinarischem kriegst man oft einen... ...nen Flashback. Ja, ja, ja. Und ich kaufe mir in letzter Zeit... ...mach ich das so, ähm... ...keine Lust habe einzukaufen, weißt? Und so ein bisschen weniger habe. Das ist mir eingefallen. Als... Als Kind. Äh, wo sie immer mit war, weißt? So am Supermarkt. Dann hat mir meine Mama immer ein Weckli und so ein Schokodrink gekauft. Und dass ich das im Laden halt währenddessen essen durfte. Damit mir nicht so langweilig ist und halt die jetzt irgendwie so wie aus dem Latschen klappt in der Zeit, weißt? Ja, ja, ja. Weißt du. Und ähm... Letztens dachte ich mir so, jetzt kaufe ich mir ein Weckli und... ...und äh... ...ein Schokodrink. Und dann war das wie so... Was ist der gleiche Geschmack? Und so wie damals. So lustig. Sowas macht Spass. Jaaa. Jööö. Totgezerkt. Awesome. Wirklich. Geil. War das dann ein Hunter hier? Ja, und der hatte nichts mehr ready. Und tschüss Hunter. Es fliegt und es fliegt. Oh, der andere. Der... Da. Yes. Hast du den aber gesehen? Hast du den aber gesehen? Ich hab ihn nicht bekommen, weil mein... ...stück mir so wenig Schade gemacht hat. So wie ich, Tannin. Komm her. Wings extra. Und tschüss. Mist. Oh, ist das riesen. Meiner. Es gibt nur... Es gibt nur noch Kills. Ja, klar. Ich... Ich will morgen Joggen gehen. Aber ich hab gar keine... Es muss morgen unbedingt... Und so... Jog... Jog... Jogging... Klamotten kaufen. Ja, also ich will auch mal Joggen gehen. Aber dann hab ich nie Lust. Ja, natürlich Joggen ist scheiße. Jetzt im Moment ist schon gut, aber... Es ist schön genug, dass du Joggen... Joggen gehen kannst. Hä? Es ist schön genug, dass du Joggen gehst. Ja, also mit nem Bulli schon. Ja. Wenn's jetzt am Abend grün wird. Mit nem Bulli so. Oder am Morgen. Doch. Bäm. Da schau, was dein Großmaul-DK ansagen macht. Schau, wieviel Damage er gemacht hat mit seiner 1-2-3-Klasse. Geh mal direkt... Darf ich mir so... Wo ist denn der D-K? Oder wenn... Hä? Du hast vom D-K gerade gesprochen. Wirst du schon noch klar? Ja. Deiner. So, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wenn du es schon längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne. Tschüss.